Es war kein guter Tag für das Weiße Haus. Black Arrow hatte einen Sicherungsring errichtet, um Zeugen fernzuhalten. Außerdem gab es noch einen inneren Sicherungsring um das Weiße Haus herum. Dieser sollte Reeds Leuten den Rücken für ihre Drecksarbeit frei halten. Immerhin war die Reichweite der EMP-Waffen beschränkt. Früher oder später würde die Army Soldaten in die Stadt einfliegen. Und man konnte sicher sein, dass die eine Menge Fragen stellen würden. Reed hatte dafür eine brillante Lösung. Er wollte den Jungs von der Army erzählen, dass es einen terroristischen Angriff gegeben hatte und Black Arrow leider nicht rechtzeitig eingetroffen sei, um ihn abzuwehren. Falls die Army zu früh gekommen wäre, hätte er Black Arrow zum Sündenbock gemacht und ihr Widerstand ihm genug Zeit verschafft, sein Ziel doch noch zu erreichen. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, dass die nicht mehr drauf sind. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, dass die TopsENA-Geräser-Geräser, nachflüg den Angriffen der Anführung des Srs. Scheiße, Mist! Feind suchen und ausschalten! Hier ist nichts zu sehen. Scheiße! Er ist erledigt. Keine Spur von ihm. Ich seh nicht, wo ist er? Ja, aber... Kein Puls. Scheiße! Wir müssen ihn ausschalten! Vorsicht! Wir haben Verluste! Noch keinen Sicht... Halte Stellung! Verdammt die... Oh, Scheiße! Feindliche Einheit! Es ist Fischer! Kein feindlicher Einheit nicht sehen! Gebe Feuerschutz! Ziel angreifen! Kontakt verloren! Er ist abgehauen! Los, Alter! Findet die Person und tötet sie! Wow! Verdammt, er muss hier irgendwo sein! Keine Spur vom Ziel! Sieht ihn jemand? Kein Kontakt, wiederhole! Kein Kontakt! Scheiße! Formieren! Gehen jetzt rein! Bewegung! Los! Wo kein Freund vom Theaterfischer! Willst deine eigene Showart ziehen, ne? Lade nach! Gib mir Deckung! Durchkennt den Bereich! Findet und tötet... Verdammt! Glaubt, das waren alle! Verkauf! 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 Kann Gegner nicht sehen. Ziel gesichtet. Position des Ziels unbekannt. Bin in Position, greife Ziel an. Bewege mich jetzt auf das Ziel zu. Ziel in Sichtweite. Negativ. Kann Ziel nicht sehen. Kann ihn nicht sehen. Versteck dich ruhig. Es ist zu spät. Bis zum reißen Haus ist es noch ein weiter Weg. Oh. 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 Erledige den Kerl. Kann nicht angreifen. Stoß denn Richtung Ziel vor. Du wirst unvorsichtig scheinen. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Alles durchsuchen. Ziel finden und neutralisieren. Alles ruhig. Keine Sprung von der Zielperson. So ein Scheiß. Dieser Schweinehut. Er ist noch in der Nähe. Sucht und findet ihn. Dieser Arschloch. Oh. Chantamist. Shit. Hier treibt. Da muss er sein. Er ist da drüben. Hatte ich Fischer. Ziel ist verdeckt. Habe keine Kraft. Ah. 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 Sam, wo steckst du? Ich komme durch die Vordertür. Negativ. Reed hat sie gesichert. Ich werde dir stattdessen die Tür im Garten öffnen. Okay. Bin auf dem Weg. Negativ. Zielbereich nicht sicher. Position halten. Wartet. Das könnte ein Hinterhalt sein. Los, los. Negativ. Ich werde keine Spur vom Gegner. Ah, das war's! Oh, miss! Contact! 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 Ah, schief! Ah, schief! Ah, schief! In den Presseraum! Den können wir verteidigen! Lebt die Präsidentin! Wo ist die Präsidentin? Bleibt vom Green Room weg! Das ist keine Rundführung! Bewegung! In den Green Room! Los, Bewegung! Noch mehr Secret Service! Sie gehen zum Westen! Im Vergleich zu dem, was im Weißen Haus geschah, war das auf der Straße einer Party. Nicht Black Arrow, sondern Reeds Leute waren darin. Sie durchkämpften Raum für Raum. Reed hatte einen Großteil der Sicherheitssysteme von Third Eccolon ausschalten lassen. Der EMP-Impuls erledigte den Rest. Der Präsidentin blieb nur der Secret Service. Der genügte nicht. Sam kämpfte sich durchs Weiße Haus vor. Während die Leute, die er ausgebildet hatte, versuchten ihn umzulegen. Grimm, naja, sie übernahm den schwierigeren Teil. Die Leute sind leur nachvollziehbar und nachvollziehbar, die Leute sind dabei selbst. Für die meisten mehr freuna draußen, ich besuche sie zu den Woher war echt recht? Ich Dante kreper. Erste Laufgäufe entlang der Laufgäufe! Es braucht Zeit, 18 haste Laufgäufe! Hier werden viele T-T-T-T-T-T-T-T.. Das war's für heute. Das ergibt keinen Sinn. Unsere Befehle. Was treiben wir hier? Wir gehören doch zum Team, das das Zielobjekt erledigen soll. Der Befehl kommt von unserer unterkühlten Eisprinzessin. Und die ist die rechte Hand vom Boss. Wenn die sowas sagt, kommt es von ganz oben. Bei mir würde sie aufta... Oh, Scheiße! Sam, uns bietet sich hier eine Gelegenheit. Reed hat Vizepräsident Samson samt Wache in den Ballsaal geschickt. Er wartet dort darauf, als nächster Präsident vorgestellt zu werden. Das liegt auf meinem Weg zum Westflügel. Geh dorthin. Triff mich danach im Pressoraum. Dann überlegen wir uns, was wir mit Reed machen. Ich schieße. Bitte, ich schieße. Melde zwei Tote. Kein Überlebenden. Seht nach, ob hier noch jemand ist. Keine alten Sachen. Bis jetzt kein Kontakt. Ich suche weiter. Mann! Nachrücken! Los, los! Kann ich dann... Ja, schweiß es allein! Oh, verdammt! Kein Ziel! Wiederhole! Kein Dach! Ich glaube, er ist irgendwo dort! Ziel angreifen! Ich gebe dir Deckung! Findest du das lustig? Das hat funktioniert. Position halten! Bleib wachsam! Wir warten hier, bis sich der Gegner zeigt. Hier warten! Nach Gegnerausschau halten! Verdacht auf Feindaktivitäten im Bereich vor mir! Halte die Position! Oh! 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 Das hätte auch besser laufen können. Oh, oh! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Sie können mir nichts anhaben. Ich werde geschützt. Sie können mir nichts anhaben. Was immer Sie abgehalfterte Karikatur eines Spions... Ach, auch Vorhaben. Vergessen Sie es. Ich werde geschützt. Ich bin... bin unantastbar. Ach, wirklich? Sie haben mich angeschossen. Ich glaube, das unantastbar können Sie getroffen... Geh raus! Freilte Gesichter! Scheiße! Sicher den Vizepräsident... Probiert! Gehen jetzt rein! Schaff ich machen! Wir gehen rein! Bewegung, los! Sie sind zu kämpfen! Ich sichere dich! Oh, Scheiße! Los, Alter! Runter, Granate! Scheiße! Das ist Fischer! Negativ! Kannst hier nicht sehen! Waffe, Lüger, muss nachladen! Kann Gegner nicht sehen! Vergiss es, du kannst... Sonst noch jemand? Kann ich ihn nicht sehen! Doch, Granate! Ich kann nicht angreifen, Diener ist perfekt. Laden ab! Keine Knie, ohne Knie, ohne Knie! Halt! Hier stimmt was nicht! Sieht nach einem Hinterhalt aus! Wir warten hier! Auf möglichen Fangkontakt vorbereiten! Magazin leer! Lade nach! Position halten! Mal sehen, was der Gegner als nächstes macht! Los, Bewege besichtet! Ich werfe noch auf! Keine Spur verfallen! Lade nach! Noch Feuerstuhl! Ziel ist verdeckt! Habe keinen Sichtkontakt! Nicht in Sicht! Was zum... Negativ! Kannst du ihn nicht sehen! Kantaktisch! Rauch los! Glaubt, das waren alle? Als Grimm Sam erreichte, waren Reeds Männer bereits dabei, die Tür vom Oval Office einzutreten. Sie war dort und musste mit ansehen, wie die Sicherheitsbeamten der Präsidentin reihenweise ausgeschaltet wurden. Geplant war, dass Sam sich mit Grimm im Presseraum treffen würde. Dort wollten sie dann ihre weitere Vorgehensweise besprechen. Natürlich hatte Grimm sich bereits einen Plan zurechtgelegt. Sie hatte Sam nichts davon erzählt, was nicht weiter verwunderlich war. Manche Dinge ändern sich einfach nicht. Verdammter Mist! Kein Sichtkontakt mit Ziel! Das gefällt mir nicht! Position! Hab Anzeichen dafür, dass der Bereich nicht sicher ist! Halte Position! Halte Position! Es gibt Anzeichen! Bereich ist nicht sicher! Halte Position! Scheiße! Was ist das? Verdammt! Ziel angreifen! Ich die Deckung! Fischer, bewegt sich! Fischer, bewegt sich! Ach, scheiße! Mist, Mist! Hörst los! Kann Gegner nicht sehen! Gebe Feuer, dass ich mich mit der falschen Angelegenheit, scheiß Kerl! Na los, Mann! Kontakt! Kann Gegner nicht sehen! Wo willst du hin, Fischer? Nichts Ziel! Was ist denn auf der Räume, Freundin? Granate! Kein Kontakt! Wiederhole, kein Kontakt! Was wird denn auf der Räume folgen? Findest du das lustig? Ah! Das hätte auch besser laufen können. Nein! Bitte. Helfe. Lauf mal davor weg. Lauf mal davor weg. Lauf mal davor weg. Lauf mal davor weg. Du kannst nicht weglaufen. Bereich nicht sich. Bist erledigt, Fischer. Hey, grüß Lampers von mir. Das Spiel ist aus, Fischer. Halt still, dann tut's nicht so weh. Lauf mal da und weg. Du kannst dich weglaufen. Hier kommst du nicht durch. Bist erledigt, Fischer. Hey, grüß Lampers von mir. Das Spiel ist aus, Fischer. Halt still, dann tut's nicht so weh. Lauf mal da vorweg. Na, Grim? Hast du das gesehen? Es wird eng, Sam. Wo bist du? Ganz nah. Nicht nah genug. Reed klopft bereits an die Türen des Oval Office. Das ist er! Es ist Fischer! Sie hat sich versteckt. Brauch, Granate! Das Spiel ist aus, Fischer. Der Fahrer muss hier unten vor sein. Von dem Regen hat keine Spur. Der Fahrer muss hier unten vor sein. Gesichert! Hier ist nichts! Ich sehe hier gar nichts. Scheiße! Das ist keine Haffe! Oh! Die Person hat sich versteckt! Werft das auch gerade hatte? Feuer schon, bereit machen zum Angriff! Ah! Ah! Sie geht vor uns! Sind in Position! Auf mein Signal schalten wir Ihre Leute aus! Die Person! Die Person, die Person! Die Person! Die Person! Die Person! Scheiße! Hat dich! Scheiße! Falls das noch zählt, Sam, tut mir leid, was geschehen ist. Ich dachte, wir hätten keine Zeit. Stimmt. Wir müssen in Reeds Nähe kommen. Und es so geschickt anstellen, dass er die Präsidentin nicht sofort ausknipst. Irgendwelche Vorschläge? Einen. Aber der tut weh. Tu einfach, was du tun musst. Das mach ich doch immer, Sam. Das mach ich immer. Tom, ich habe Fischer und komme rein. Mach nichts Überstürztes. Bin gleich bei dir. Sorry, Sam. Du gehst ins Oval Office. Da musst du schon ein ganz klein wenig auf dein Äußeres achten. Die Hände. Bequem? Ach, Mist! Hoch mit dir. Du hast einen Termin bei der Präsidentin. All die Jahre hast du mich angelogen. Es war für einen guten Zweck, Sam. Und ich würde es aus dem gleichen Grund jederzeit wieder tun. Hab dich wohl nie richtig gekannt. Nein, und das bleibt wohl auch so. Oh. Hab mich schon gefragt, wann du kommen würdest. Gut gemacht, Anna. Wie ich sehe, hast du dich für die Sache am Flugplatz revanchieren können. Unser Freund hat sich ein klein wenig gewehrt. Natürlich hat er das. Und jetzt ist er hier, der berühmte Sam Fischer. Wie fühlt man sich, Sam? Wenn man weiß, dass man als der Mann in die Geschichte eingehen wird, der Präsidentin Caldwell getötet hat. Leck mich, Reed. Wir kommen natürlich ein paar Sekunden zu spät, um sie zu retten. Aber gerade noch rechtzeitig, um dich auf der Flucht zu erschießen. Ein Klassiker. Sie glauben doch nicht, dass Sie damit durchkommen. Auf den Bildern der Überwachungskameras wird man... Ihre Kameras steuern wir. Die Sicherheitssysteme wurden von uns gegrillt. Wir sind Third Echelon. Wir kontrollieren jede Information, die diese Stadt durchläuft. Und wenn ich Spaß daran hätte, könnte ich es so aussehen lassen, als wären Sie von zwei Circus-Clowns und einem Golden Retriever umgebracht worden. Seien Sie also still! Ihr seid nicht Third Echelon. Vielleicht nicht das von Lambert. Aber soweit ich weiß, fühlt er sich gerade nicht so gut. Third Echelon wäre beinahe mit ihm untergegangen. Tom. Die Präsidentin wollte unsere Finanzierung auf Null zurückschrauben und den Laden dicht machen. Damit wäre Amerika hilflos den Gefahren ausgeliefert gewesen, vor denen du es all die Jahre beschützt hast. Alles okay mit ihm? Ja, mir geht's gut. Danke. Du verdammter! Das war ganz schön knapp. Du hast etwa zwei Minuten, bis die Army das Weiße Haus eingenommen hat. Nutze sie. Wie hat Megiddo dich rumgekriegt? Megiddo interessiert dich doch gar nicht. Dich interessiert deine Tochter. Wachst nicht, meine Tochter in den Dreck zu ziehen! Du verstehst es einfach nicht. Sarah war unwichtig. Ihr wurde gedroht, um an dich ranzukommen. Über dich hatten sie Zugriff auf Third Echelon. Über Third Echelon Zugriff aufs Weiße Haus. Sie konnten sich holen, was sie wollten. Du bist der Maulwurf. Deinetwegen hat Lambert sich Sorgen gemacht. Sehr gut, Sam. Endlich kapierst du's. Du mieses Schwein. Hast mich drei Jahre meines Lebens gekostet. Drei Jahre, in denen ich dachte, meine Tochter sei tot. Los, los, los! Waffen fallen lassen! Auf den Boden! Sofort! Captain, danke für meine Rettung. Allerdings sehe ich hier außer Ihnen und Ihren Männern niemanden. Sie etwa? Nein, Ma'am. Bringen wir sie hier raus. Danke. Oval Office gesichert. Wir haben die Präsidentin. Präsidentin ist in Sicherheit. Seit er weg ist, habe ich noch einmal mit Sam gesprochen. Er sagte, dass er und Sarah sich eine Auszeit nehmen würden, um die verlorene Zeit nachzuholen. Er sprach von wertvollen Menschen. Davon, wie wichtig es sei, zu ihnen zu stehen. Er sprach von Familie. Und wisst ihr, was das letzte war, das er zu mir sagte, bevor er aufgelegt hat? Vic, sagte er, danke für alles. Ich liebe dich wie einen Bruder. Ein Bruder gehört zur Familie, oder? Dachte ich mir. Dachte ich mir.